Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Die letzte und damit finale Phase von The Burning Crusade erscheint am 10. Mai, wobei der Raid erst am 12. seine Tore öffnet. In diesem Video schauen wir uns alle Neuerungen und Änderungen an, die euch mit der 5. Phase erwarten. Schaut außerdem noch bei unserem Phase 5 Vorbereitungsvideo vorbei. Wenn euch das ganze gefällt, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Die Insel von Keldanas kommt ins Spiel. Geografisch gesehen befindet sich diese ganz nördlich in den östlichen Königreichen, oberhalb von Keldalas. Ihr könnt sie via Flugpunkt von Silbermond bzw. Ironforge oder auch direkt von Sulaman oder der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts in den östlichen Pestländern anfliegen. Jeder Spieler mit Level 70 bekommt automatisch diesen Flugpunkt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Insel allerdings noch einfacher via Portal aus Schattrad erreichbar. Dazu aber gleich mehr. Angekommen erwartet euch die neue Fraktion Offensive der zerschmetterten Sonne, mit der wir auch zum Kernelement der Insel kommen, den Daily Quests. Auf der Insel von Keldanas gibt es ein System, welches euch ermöglicht, nach und nach mehr Inhalte freizuspielen, indem ihr die Insel bzw. deren Häuser zurückerobert. Dabei gibt es je nach Fortschrittsstand optische Veränderungen. Ihr könnt dazu beitragen, indem ihr besagte tägliche Quests erledigt. Den jeweiligen Fortschritt könnt ihr bei gewissen NPCs abfragen. Quatscht diese dazu einfach mal an. Das Ganze ist in vier Phasen unterteilt. Umso mehr Daily Quests euer Server abschließt, umso mehr Gebäude werden zurückerobert. Phase 1 beginnt mit der Eroberung des Sanktums. Ihr startet beim Sammelpunkt der zerschmetterten Sonne. Hier gibt es zwei Dailies. Hat der Server genügend erledigt, habt ihr das Sanktum zurückgewonnen und es gibt weitere tägliche Quests. In Phase 2 erobert ihr die Waffenkammer samt den PvP-Händlern, bei denen ihr gegen Abzeichen der Gerechtigkeit den Gürtel, Schuhe und Armschienen des Veteranen erwerben sowie Tier-Sex-Tokens gegen das alte PvP-Set einlösen könnt. Zusätzlich wird das Einwegportal von Shadrath auf die Insel freigeschaltet. Bei einem der täglichen Quests gibt es zudem eine Rolle der Teleportation. Mit dieser könnt ihr euch einmalig zurück nach Shadrath porten. In der dritten Phase erobert ihr den Hafen. Das erledigt gibt es, wer hätte es gedacht, weitere Daily Quests, sowie ein Gasthaus und vor allem einen Händler, welcher euch epische Gems für 15 Abzeichen der Gerechtigkeit verkauft. Neben diesen könnt ihr noch neue Vorlagen fürs Juwelenschleifen erwerben. Hier gibt es unter anderem die ersten mit Plus-Tempo-Wertung. Auch wird in dieser Phase die Schmiede wieder in Gang gebracht und ihr könnt euch anschließend bei Schmieden Hauta mächtige Endgame-Ausrüstungen gegen Abzeichen der Gerechtigkeit kaufen. Checkt hierfür am besten mal eure besten Slot-Listen. Für Twings gibt es aber auf jeden Fall relativ einfach, extrem starke Endgame-Items zu ergattern. In der vierten und letzten Phase wird neben dem Alchemielabor, bei dem ihr anschließend Reagenzchen kaufen bzw. Fläschchen brauen könnt, noch die Statue in der Mitte aufgebaut. Hierbei gibt es für 1000 Gold den Titel von der zerschmetterten Sonne zu kaufen. Diesen könnt ihr aber Wrath of the Lich King nicht mehr erlangen. Um diesen zu erlangen, müsst ihr neben den 1000 Gold ehrfürchtig bei der Fraktion-Offensive der zerschmetterten Sonne sein. Habt ihr das alles erledigt, erscheint der NPC Sikiru und bufft euch zonenweit mit Kirus Krügshymne, welche eure Ausdauer um 79 und eure Intelligenz um 40 erhöht. Vermutlich wird dieser nicht mit dem Priester bzw. Magier Buffs decken. Deswegen bringt er euch auch nicht zu viel im Raid, dafür eher in der Fünferinstanz. Wenn alle Daily-Quests verfügbar sind, bringen euch diese ca. 150 Gold pro Tag. Die neue Fünf-Mann-Instanz Terrasse des Magisters kommt ins Spiel. Sie ist vom Schwierigkeitsgrad eher weiter oben angesiedelt und loottechnisch als perfekter Aufhol-Dungeon für Twings zu sehen. Als Endboss wartet hier der altbekannte Keltas auf euch. Um diese auf den heroischen Modus betreten zu können, müsst ihr zuerst eine Quest Terrasse des Magisters abschließen, welche bei Exarch Laritor angenommen werden kann. Diesen findet ihr im Häuschen gegenüber vom Schiff. Also auf Normalreihen, die Quests samt Folgequests erledigen, dafür einen epischen Gem kassieren und schon könnt ihr das Ganze auf heroisch betreten. Auf heroisch droppt ihr bei jedem Boss epischer Loot. Hier sind vor allem die Schmuckstücke vom vorletzten Boss zu erwähnen, welche vor allem für Twings eine extrem gute Alternative sein können. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit vom Bossen die Kugel der Sindorei zu bekommen, welche euch für fünf Minuten in einen Blutelfen verwandelt. Das Item muss nicht ausgerüstet werden und kann somit aus dem Inventar aktiviert werden. Vom Endboss Keltas gibt es dann noch mit viel Glück das Mount Schneller Weißer Falkenschreiter, welches er allerdings nur auf heroisch fallen lässt, sowie für die Sammler unter euch das Haustier namens Phönix Küken. Das Küken gibt es auch auf Normal. Mit Wrath of the Lich King kommt ein Erfolg, bei dem ihr einige Haustiere sammeln müsst, sowie ein eigenes Fenster dafür, sodass diese keinen Inventarplatz mehr wegnehmen. Wenn ihr nun also genügend Dailies gemacht und einige Male die Terrasse des Magisters besucht habt, dann werdet ihr so langsam aber sicher ehrfürchtig bei der Offensive der zerschmetterten Sonne sein. Hier bekommt ihr nun einige Vorlagen fürs Juwelenschleifen, ab wohlwollend die Brechung der Leere, bei der ihr einen Kristall der Leere in zwei große Prismasplittern zerkleinern könnt, sowie die Verzauberungsformel Brustverteidigung, die euch 15 Verteidigungswertung auf eure Brust gewährt. Die PvPler unter euch erwartet ab respektvoll die Glyphe des Gladiators mit Ausdauer und Abhärtung für den Kopf, sowie auf ehrfürchtig die neuen Alchemistensteine. Zudem gibt es noch den Wappenrock der zerschmetterten Sonne, sowie die epischen Halsketten, die mit einem ehrfürchtigen Ruf bei Aldor bzw. den Sehern einen weiteren speziellen Effekt haben. Die Caster-Variante erhöht als Aldor euren Zauberschaden und verschießt als Seher eine Arcane-Kugel, welche 350 Schaden macht. Die Halskette für Nahkämpfer erhöht als Aldor eure Angriffskraft für 10 Sekunden um 200 und als Seher haut sie einen Arcanschlag raus, welcher ebenfalls 350 Schaden verursacht. Für heilende Aldor gibt es 220 mehr Heilung und für Seher einen sofortigen Heal für ca. 640 Lebenspunkte. Die Tank-Version beschert euch als Aldor 100 Parierwertung und als Seher 100 Waffenkunde. Der Proc kann allerdings nur alle 45 Sekunden auftreten. Außerdem gibt es noch diverse epische Schilde zu kaufen. Wir packen euch einen Link in die Beschreibung, bei dem ihr alle erwerbbaren Gegenstände der Fraktion nochmal in Ruhe anschauen könnt. In Sachen Arena startet am 10. Mai die finale vierte Season. Hierbei kann auf der Insel von Kel Danas, genauer gesagt in der frei gespielten Waffenkammer, T6 Tokens gegen Season 3 Ausrüstungen getauscht werden. Dazu könnt ihr gegen Abzeichen der Gerechtigkeit die Schuhe, den Gürtel sowie die Armschienen des Veteranen bekommen. Außerdem könnt ihr das Season 2 Gear, welches optisch dem T5 Set ähnelt, für Ehre kaufen. Hier kommt zugleich eine Änderung ins Spiel. Ihr benötigt für das Season 2 Set keine Schlachtfeldmarken mehr. Die Änderung kommt vor allem Nachzügelung zugute, die schnell an halbwegs gutes Gear kommen wollen. Mehr dazu gibt es bald in unserem Frischlevel 70 Wie rüste ich mein Charakter aus Video. Mit der letzten Phase erscheint zudem der mit Abstand härteste Raid. Das Sonnenbrunnenplateau befindet sich mitten auf der Insel und kann ohne Zugangsquest betreten werden. Insgesamt warten auf euch sechs Bosse. Der Drache Kaligos, Brutalus, Teufelsruch, die Erre der Zwillinge, Muru sowie der finale Endboss Killjaden. Der Schwierigkeitsgrad sucht seinesgleichen und ist nicht mal ansatzweise mit den vorherigen Encountern vergleichbar. Spätestens ab dem zweiten oder dritten Boss wird hierfür unambitionierte Gilden Schluss sein. Zumindest in der ungenurften Variante. Alle Bosse erscheinen auf einen Schlag. Früher war es so, dass diese nach und nach freigeschalten wurden. Zum allgemeinen Schwierigkeitslevel der Bosse kommt noch der Buff Strahlen des Sonnenbrunnens hinzu, welcher vor allem den Tanks schadet. Loottechnisch gibt es hier neben den vier letzten T6 Teilen diverse Muster, welche vom Trash fallen gelassen werden. Viele davon sind nicht beim Aufheben gebunden und können im Auktionshaus verkauft werden. Unter anderem ist hier die letzte Variante der Ingenieursbrille zu nennen. Für einige Items benötigt ihr gehärtetes Chorium. Um dieses als Bergbauer herstellen zu können, müsst ihr das Buch Abhandlung über hochentwickelte Verhütung looten. Dies wird vom Trash in Sunwell fallen gelassen. Außerdem gibt es einen legendären Boden von Killjaden, welcher keine Munition mehr benötigt. Dieser ist nicht klassengebunden und könnte zum Beispiel auch von einem Krieger getragen werden. Zudem kommt mit Sunwell ein neues System ins Spiel. Bei Trash könnt ihr sogenannte Sonnenpartikel erhalten. Sie werden benötigt, um verschiedene Ausrüstungsgegenstände aus Sunwell gegen einen der anderen Ausrichtung zu tauschen. Das Ganze macht ihr dann auf dem Boot am Hafen. Schauen wir uns hierzu kurz ein kleines Beispiel an. Um das Caster-Item Schiftung der Vernichtung zu bekommen, benötigt ihr einen Sonnenpartikel sowie die Schiftung der Wiedergewinnung. Besagte Schiftung wird vom vierten Boss, den Ereda-Zwillingen fallen gelassen. Das Caster-Gegenstück bekommt ihr demnach nur durch den Tausch, so benötigt ihr aus der Instanz ein Heiler-Item, um dieses in ein Schadens-Item tauschen zu können. Genannte Sonnenpartikel können im Auktionshaus gehandelt werden. Dort steht ebenfalls der NPC, bei dem ihr eure T6 Tokens eintauschen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch super gerne Daumen nach oben da. Wenn ihr uns zusätzlich supporten wollt, klappt doch mal die Videobeschreibung auf und schaut euch die ersten Links an. So hilft uns zum Beispiel ein Follow auf Twitter oder ein Abo auf YouTube riesig weiter. In diesem Sinne, viel Spaß in Phase 5 und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.